Hallo liebe Fahrradkanalfreunde. Dieses Mal fahren wir von Gemünd aus nach Einruhr und nach leckerem Essen dann auf der anderen Seite des Ruhr-Obersees wieder zurück. Gemünd ist mit über 4.250 Einwohnern der einwohnerstärkste Stadtteil von Schleiden in der Eifel und anerkannter Kneipp-Kur-Ort. Der Ortskern ist architektonisch im heutigen Gemünd kriegsbedingt weitgehend durch das 20. Jahrhundert geprägt. Nur noch wenige ältere Bausubstanz ist erhalten. Wir passieren das Ortsausgangsschild von Gemünd und gelangen nun auf den ehemaligen Weg, auf dem laut Wikipedia die Materialbahn zum Bau der Urftalsperre verlief. Diesem Weg folgen wir nun für ca. 10 Kilometer in der Hauptausrichtung Nordwest. Der Uferweg ist in seiner Oberfläche als Radweg recht gut. Man nennt das wohl eine wassergebundene Schotterdecke. Vereinfacht gesagt wird dabei feuchter Schotter aufgebracht und verdichtet. Der Vorteil ist, dass hier nur von dem feineren Schotter etwas lose auf der Oberfläche liegt und die Oberfläche sehr fest ist. Die Fahrspuren in beiden Richtungen sind wohl durch den doch recht gut frequentierten Radverkehr recht glatt gefahren und enthalten wenig feinen Schotter. Nun noch ein Hinweis zum Video. Dieses Video ist ein 360 Grad Video. Für alle die sich noch nicht damit auskennen, man kann den Bildausschnitt mittels Maus in die Richtung bewegen, die man sich gerne ansehen möchte. Natürlich funktioniert das auch mit einer VR-Brille. Mit einem Tablet funktioniert das übrigens auch. Bewegt man das Tablet in eine bestimmte Richtung, so bewegt sich der Bildausschnitt auch. Bis zur Victor-Nils-Brücke ist es jetzt nicht mehr weit. Bis dahin werde ich jetzt eine kleine Pause machen und mich dann wieder melden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir erreichen nun die Victor-Nils-Brücke, die es hier seit 2009 an dieser Stelle gibt. Sie wurde nach dem Belgischen Kommandanten benannt, der im Camp Vogelsang von 1970 bis 1980 stationiert war. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es an dieser Stelle im Bereich der Lorbach-Mündung in die Urft eine Fährverbindung. Nach dem Zweiten Weltkrieg war eine Wiederaufnahme des Fährbetriebs nicht möglich, da das Gebiet zum militärischen Sperrgebiet gehörte bis 2006. Man kann nun über diese Brücke seit 2009 wieder zur ehemaligen Ordensburg Vogelsang gelangen. Die Ordensburg wurde ab März 1934 in nur zwei Jahren von 1500 Mitarbeitern für den ersten Bauabschnitt errichtet. Noch zu erwähnen ist, dass die Victor-Nils-Stahlhängebrücke mit vier Tragseilen 124 Meter lang ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Nach ca. 10 Kilometern und etwa 45 Fahrtminuten sind wir an der Urftsee-Stormauer angelangt. Der Urftsee wurde von 1900 bis 1905 erbaut. Die Baumaterialien wurden zunächst mit der Oleftalbahn bis Gemünd transportiert und anschließend mit einer etwa 13 Kilometer langen, schmalspurigen Materialbahn zur Baustelle der Baustelle geschafft. Auch Besucher konnten damals für eine Mark von der Materialbahn auf der ehemaligen Trasse verläuft heute der Rad-Wanderweg zum Stausee. Gemauert wurde mit Bruchsteinen aus örtlich abgebaut und die Sperrmauer ist über der Gründungssohle 58,5 Meter hoch. Ja, hier fahren wir jetzt über die Staumauer. Ja, beziehungsweise gehen. Man soll laut einem Schild vom Rad absteigen, aber es ist ja nicht viel los. Ja, hier wird es ein bisschen knifflig. Ja, hier ist ein schmaler Weg, recht steinig, der auch noch steil bergab geht. Gott sei Dank nicht bergauf in dieser Fahrtrichtung. Also ich kann nur empfehlen, nicht in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Hier sieht man, wie steil das ist. Meine Frau musste ich noch mit dem Rad nachholen. Ja, und hier geht es auch noch recht steil bergab. Zwar nicht mehr so eng, aber dennoch ziemlich steil. Also in umgekehrter Fahrtrichtung würde ich das nicht unbedingt empfehlen zu fahren. Ja, es sei denn, man ist natürlich mit einem leichten Fahrrad unterwegs und recht sportlich. Dann klappt das, aber na ja. So, hier bin ich auch noch mal kurz zurück, um meine Frau nachzuholen. Und jetzt geht es weiter. Ja, hier ist es jetzt relativ eben und geht in etwa auf Uferhöhe. Direkt am Ufer des Obersees nun weiter Richtung Einruhr. Ja, ich erzähle noch ein bisschen was zum Urftsee. Zur Elektrizitätsgewinnung wurde zeitgleich mit dem Bau des Staudamms der 2,7 Kilometer langen Kehrmeter-Stollen in Richtung Nord-Nord-Ost durch den Höhenzug Kehrmeter getrieben und das Kraftwerk Heimbach gebaut. Das Wasser der Urft tritt dort an den südlichen Berghängen des Ruhrtals wieder aus und speist über zwei Fallrohre das im Jugendstil errichtete Kraftwerk, das an der Ruhr liegt. Das Wasserkraftwerk hatte mit seinen acht Francis-Turbinen eine Leistung von 12 Megawatt und war mit seiner Leistung im Jahr 1905 das größte Europas. Ja, das war noch so mal ein bisschen was aus der Geschichte übrigens ist. Das Kraftwerk auch ein sehr schönes, wenn man mal in der Ecke Heimbach oder an der Ruhrtal-Staumauer ist, lohnt es sich das sicher mal anzuschauen. Ja, wir sind jetzt hier weiter unterwegs Richtung Einruhr. Ja, und ich lasse euch jetzt mal ein bisschen in Ruhe die Fahrt genießen. Bis gleich mal. Kattulias und ich meine, die Fahrt genießen. rival JERSH YOU Gerhard JERSH 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 Die bis JERSH Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Ort Einruhr, der seltsamerweise mit einem H geschrieben wird, ist Teil der Gemeinde Simmerath und hat 595 Einwohner. Einruhr ist seit 1959 durch seine günstige Lage am Obersee ein beliebter Familienferienort. Einruhr wurde gerne als Naherholung von Wochenendbesuchern aus Aachen, Köln und Bonn besucht. Zudem ist der Ort auch als Urlaubsort für Rheinländer, Niederländer und Belgier beliebt. Für den Aufenthalt in Einruhr stehen Gästen ein gutes Angebot an Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Gaststätten zur Verfügung. Ja, wie ihr seht, wir haben hier jetzt unsere Zielgaststätte erreicht, haben was Leckeres gegessen und machen uns jetzt hier in Einruhr. Hier ist quasi unser Wendepunkt von unserem Rundkurs um den Obersee wieder auf den Rückweg. Ja, hier noch ein kleines Foto von der tollen Gaststätte, wo wir gespeist und getrunken haben. Und jetzt machen wir uns noch auf den Weg ein kurzes Stück zu einem Eisladen, der selbstgemachtes frisches Eis hat. Ja, hier mache ich noch mal ein Foto. Hier noch der Busfahrplan, auf dem der Fahrradbus zu sehen ist, beziehungsweise die Fahrzeit. Aber da sage ich gleich noch etwas zu. Ja, wichtig ist noch zu erwähnen, dass am Ort die folgenden Radwanderwege vorbeiführen. Die Eifel-Höhenroute, der als Rundkurs um den Nationalpark Eifel führt. Der Ruhr-Uferradweg, der die höchste Erhebung des Hohen Fenn mit der Mündung der Ruhr in die Mars verbindet. Hinzu kommt, dass die ASEAG, also kurz vereinfacht gesagt die Aachener Verkehrsbetriebe, ein paar Fahrradbusse von Aachen nach Kalterherberg, von Kall nach Monschau und von Aachen bis Vogelsank betreibt. Letztere verkehrt als Linie 63 und hält auch in ein Ruhr. Allerdings, so gut sich das auch anhört, fahren diese Fahrradbusse nur an Sonntagen und letztere Verbindung ab und zu ein Ruhr nur zweimal pro Sonntagen. In 2017 war dies übrigens vom Fahrgeangebot her noch besser. Schade an dieser Stelle. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Den Uferweg, den ich gewählt habe, ist für ca. 3,5 km sehr gut zu befahren. Von der Wegoberfläche okay. Auch sind nur zwei kleinere kurze Steigungen zu bewältigen. Allerdings hat dieser landschaftlich schöne Uferweg einen Nachteil. Es kommt nämlich zu einer heftigen Serpentine, die vom Untergrund her auf felsigem, unebenen und auch noch schiefem, rutschigen Untergrund auf etwa 75 Meter Länge, ca. 20 Meter hoch geht. Wenn nicht mehr. Ja, ihr seht gerade, wie ich hier mühsam mein Rad hochschieben muss. Ja, nicht wirklich ein Vergnügen. Deshalb meine Bitte, wer diesen schönen Uferweg gewählt hat, ab 1 Uhr, sollte sich dessen bewusst sein, ob er oder sie das bewerkstelligen können. Mit kleineren Kindern, auch für ältere Menschen mit Pedelecs, ist das sicher eine kleine Herausforderung, die man vorher bedenken sollte. Allerdings, ich habe das gerne in Kauf genommen, denn sonst muss man an bzw. auf der L 128 lang radeln und das geht dann nur bergauf. Und man hat keine durchgehende eigene Fahrradspur auf dem Stück bis zur Staumauer in Ruhrberg. Noch zu erwähnen ist, dass man ab 1 Uhr auch mit dem Schiff bis zur Staumauer des Obersees und auch noch weiter von dort aus bis zum Fuß der Staumauer des Ursees fahren kann. Wer also keine Lust mehr hat zu radeln oder mal den See vom Schiff aus genießen möchte, kann einen Teil der Strecke auch so zurücklegen. Wir sind nun an der Staumauer des Obersees angelangt. Von hier radeln wir nun für 4,3 Kilometer weiter am Oberseeufer entlang bis zur Staumauer des Urftsees. Der Weg ist übrigens recht gut, ganz breit. Vermutlich wird das auch von dem dortigen Restaurant bzw. von dem Schnellimbiss, der dort an der Urftmauer ansässig ist, auch für den Lieferverkehr genutzt. Ja, wir sind hier auch schon auf dem Uferweg. Ja, weiter geht's. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die Urft-See-Staumauer ist erreicht. Meine Frau findet mal wieder ein paar Mauerblümchen, die ich unbedingt fotografieren muss. Fragt mich mal, was das alles ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, hier noch ein Blümchen. Da habe ich mal die Fahrradkamera drauf gehalten. Ja, meine Frau braucht an diesem sehr warmen Juli-Tag noch Trinkwassernachschub. In der Zwischenzeit habe ich eine Eidechse über den Asphalt laufen sehen und habe sie versucht zu fotografieren. Nun geht es wieder am Ufer entlang für ca. 10 km zurück bis nach Gemünd. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Auch gleich wieder an unserem Ausgangspunkt, wo wir geparkt haben. Ja, ich hoffe, euch hat die Tour gefallen. Ja, bis dann und zum nächsten Mal. Tschüss.